Hallo, willkommen, mein Name ist Danilo L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir gegen Medusa erkämpft, beziehungsweise Kardinäle in Fort. Und wir machen uns jetzt auf nach draußen und die Schreinkirche verlassen. Ja, das haben wir vor. Aber wir haben ja noch ein Skit, das wir noch nicht angesehen haben. Mautellus verschwindet. Ja, ich weiß nicht, dass die Schreinkirche verlassen sind. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch genug Zeit. Ja, genau, das hat er, als ich ungefähr bis hier gelaufen bin, hat er irgendwie so was gesagt, dass er immer eine böse Präsenten ist. Ja, ich habe wieder oft ein bisschen trainiert, ich habe natürlich wie ein 0SK, ich habe glaube ich mit Rose nur Sachen gelernt, er gab den Traum, war das glaube ich und Glutgewitter, ja, hier Glutgewitter und Bergartentraum, ich habe jetzt schon mal alle Arzt in dieser Kategorie und wir machen jetzt nur einen Kampf wegen dem Level Up, boah, weil warum nicht? Vielleicht gucken sollen, ob die ganzen Titel richtig sind, ich glaube ja, ne, ich tue mal die rund wischeinander mischen, wagt so, das war ja schon wieder gut, ne? Oh, die hat sich auch amortisiert um sich treten, gut. Alter, warum sind sie so stark? Ja, was mir aufgefallen ist, die, oh danke, ich wollte gerade sagen, ihr habt irgendwie nie Bock nicht zu heilen, in ihrer amortisierten Form, nur anscheinend doch. So, ätna, sonst die Wort. Du hast gelernt, neuerdings hat auch sehr gut, allerdings hier. äh, Monolithenschwall, okay. Da haben wir da die ordentlichen Dinger nehmen, ohne darauf zu gucken, was ich lerne, aber da hat er, glaube ich, sowieso keinen Einfluss, ne? Ich darf nur keinen Level Up bekommen, weil dann sind da wieder verschwendete Sachen, äh, Punkte, Techniken. Übrigens noch was gefunden, und zwar, ich glaube hier, wenn ich da in die Ecke gehe, da befindet sich noch was. Was ich etwas leichtsinnig übersehen habe, aber da kommen wir ja jetzt drauf, zurück. Aber solche Labyrinths sind echt, weiß ich nicht, schlimm. Für mich jedenfalls. So, guck mal da. Ich bin flip истории von nemss. Ich bin noch da in der Stadtst sustainable. Ich fang die Kalk kel care mitschläge. Ich fange Hilfe an mir da, которase ich alleine in deridericht vermitteln und dictionarye, Und dann lass ich das,τιonge im Weg. Ah, wenn du auch anscheinend verben,SUZ daughter ist das Ganze, dann bleibst trotzdem wirklich还是 in der Stadtstelle Beuleitung auf was ich ich werde zu arbeite und brauche, die ich diametelst wasnzen, schon nicht für das Video, dann das denn das Jahr dieses Video. Du hast Du? weil jetzt ja wenn man mit 25 oder so haben wir glaube ich von denen mein neuer tag einsetzen wie aussieht erstmal gehen wir raus um die story fahren zu treiben und zeugs die tür geht immer zu wenn rose gerade davor steht weg ich habe keine andere sackkasse hier noch übersehen sehen für mich nämlich alle gleich aus warum denkt er ausgerechnet jetzt geht das schnell sind dann oder wird 26 hallo wir haben wir doch noch was edelweste wie sich gummi nur zwei mal sorry noch eine edelweste zwei mal schon eine bunte weste ich glaube ich habe ich aus kriegen gefunden weil ich jetzt nicht mehr geht mal hier nochmal hat gebieten ist denn nach ob ich finde und leider muss jemand auch noch nicht gesundheit oder wenn es hat naja da haben wir angefangen haben wir gestartet was da findet mein gott schon wieder ehrlich habe ich so geschrieben wie so ein blöder irgendwie wind oder wasser ist dann war ich dafür wahrscheinlich noch nicht das mal gehen wir raus hier habe ich ein paar sachen verpasst entdeckungs mäßig werde ich sowieso schon wahrscheinlich noch mal hier als durchgehen weil die sind einfach herauszufinden wo ich welche verpasst habe ich bin ja gut nummeriert das geht nein ok 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 so aus der kirche und was jetzt noch mal die kardinälen ja gemeuchelt das tut sich schon gut auf die politik hier aus wirken ja 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 Ja, ganz gelogen ist es ja eigentlich nicht. Ja, am besten zum Gast raus, ne? Ja. Dann machen wir einen Spaziergang durch Pendrago. Ist die Bosheit verschwunden? Ich glaube, ja, na, ich sehe nichts mehr. Ja, schön, da können wir, glaube ich, nicht hin, ne? Alles ist schön, wir haben niemanden getötet, keine Sorge. Schauen wir uns erstmal hier um, vielleicht ist ja noch was hier. Zum Beispiel Kräuter. Und kein düsterer Regen. Einfach nur Friede. Schön. Hm. Jetzt haben wir mal wieder ein paar gute Momente, ne? Also, friedliche Momente statt immer nur Trauer und so. Wir haben die Feuerprüfung geschafft. Wir haben hier Pendrago gerettet. Das nehme schön. Oh, passt, da ist der Schirm mit dem sie auch kämpft. Und da ist schon wieder sie. Okay. Die Kleinen aus dem Intro. Die irgendwie mit Heldalf, glaube ich, zusammenarbeitet, haben wir ja gesehen. Okay. Genau. Ich habe es sofort gewonnen. Ich habe es noch nicht mehr睡st, was ich? Die Beinemacht hat sich gegründet. Aber der Beinemachter hat sich die Beinemachter, die sich in Beinemachter befassen, besitzen, die alle blöchigen Bewegungen, die sich mit dem Krieg zu tun. Ich habe es schon in den Krieg. Wenn ich nicht versuche, du wirst, du wirst nicht mehr, die sich wieder aufhörst. Noch ein Mensch? Ich kann es nicht so tun. Die Krieg werden sicherlich verletzt. Für die Schreiber nicht zu tun. Ich bitte, Selge. Das hat er auberghäsch gemacht. Das hat erIN biß. Ich habe mich nicht vermerkt. In der Lage auf, was ich etwas zu machen? Das ist so arg. STEM zu leben. Ich habe recht. Ich habe mich schon fast geholfen, was ich in der Salle an? Ich weiß, dass er so wichtig ist. Ich habe mich allege nebenher Gehörtssä. aber müssen wir daraus immer bedingt es machen eine aktion im spiel weil ich ins gast ausgehen muss wir sind ein paar quests also aufgetaucht hoffentlich und das irgendwelche quest für mich noch seit mit der karte ich kaufe jetzt mal eine ich weiß trotzdem gar nicht mehr zu machen ja schon herausfinden jetzt noch dass das wieder finden könnte weil er nicht kummer mal verkaufen muss trinke des lebens wenn ich vielleicht gebrauchen können wir auch gegen stunde herstellen lassen aber doch viel zu lang das ist eine stimme kommt mir bekannt vor Das ist schwer, was du wissen? Ja, es gibt viele Dinge, aber... Es ist okay. Ich bin auch unterwegs. Genau. Und was hast du etwas? Ja. Da war der Maotteras nicht. Hä? Das ist wirklich. Ich bin in der Kirche, weil ich bin in der Kirche. Maotteras ist ein Geist. Ich bin in der Kirche. Auch wenn ich es nicht so viele, die ich nicht verletze. Aber wir haben hier gebeten. Die Kirche hat sich in der Kirche geblendet. Das ist immer noch in Asgard von der Führe. Ich liebe es, was du nicht? Es ist ein wie möglich. Das ist nicht möglich. Ich denke, dass Maotteras existiert und erst mal gebeten ist. Ich glaube, dass es die Kirche nicht sein ist. Aber dann wird es nicht mehr so. Ich denke, dass es keine Kirche ist. mit der schmerz von den druck des hausse Warten! Maotelos ist hell, Alph, oder? Wenn ich mir halt noch einen... oder hat er ungefähr die gleiche frisur wie sorry er ist von verwandt mit so ich stelle jetzt hier so theorien auf die sind wahrscheinlich alle war oder ist eine quest ich muss aufhören theorien aufzustellen sind meistens mal richtig viel zu viele spiele gespielt war richtig traurig als irgendwie den halben plot von nino kuni irgendwie erraten ab ich kann wieder zurück oder leider wird traurig gucken ich denke es ist es ist es ist es ist es ist es ist es 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 ich mag es irgendwie nicht wenn sie in diesem modus ist so was hat er noch mal gegessen traf war ein topf das will ich auch essen okay die heulen saison ist wieder am besten sollte man sich nicht nach außen trauen dafür ist das leben zu wertvoll was für ein ding nochmals geht nein nur auf screen wahrscheinlich werden ja Ich habe mich noch nicht gesehen, oder? Ja, ich wollte mich noch mal sehen. Es ist also静. Ich denke, dass es die Geschichte ist. Ich denke, dass es die Geschichte von Asgard-Dirgendwann weitergeht. Ich denke, es ist wieder so, dass ich die Stadt in der Bibel geschrieben habe. Ich denke, dass ich mich für die Geschichte geschrieben habe. Ich denke, dass ich mich für die Geschichte erzähle. Ich denke, dass ich mich für die Geschichte erzähle. Ich denke... händler da müsste ich hier speichern kann was wenn ich den kampf nicht schaffe weil es im kampf geht aber wir haben ja großheit das hell als domäne werden werden wir schon count am boden gibt es da irgendwo noch diese eine brücke da wird so fest heulen sie sorgen meist habt irgendwie wolfe oder so na wer ist hier hat wir pfeifen uns mal rein hat haben wir denn ihre verteidigung ja aber gegen dich nicht schon mal gekämpft ach nee da und du bist drache genau scheinbar kam vorzugehen nicht niemand ist kein problem sagen du nicht getroffen wir es muss schön sein dahinten möchtest du etwa t wie auch immer abwehr 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 solange seine muss erkennt kannst du ihn angreifen aber nicht so viel anders kauft okay du bist gegen alles immun geil ist der neue angriff ja super geil also ein schlag schon und direkt ist er weg das ist mein neuer angriff und links habe ich gerade gedrückt ging aber nicht nix verdammt jetzt Dings einsetzen können ein Dings angriff in der armatisierung ach wach auf damit der macht Edna voll schnell kaputt wach auf auf Edna los zu gehen man bleibt immer bei mir drin ein bisschen mich sagt du die ganze zeit nur auf meine magier los gehst aber was war das denn auch neu angriff ja wende wenn ich nicht so gesehen können dann machen wir schon so gut doch immer du bist war schon schneller danke leider anders kann ich nicht machen außer so anzugreifen noch mal normale angriffen besser 75 treffer ich sage jetzt echt mal los kannst du es wagen ja ganz viel nein auch mal an echt also kannst du mal auf er geht ja nur hat er mir niemals drei dinger so einsetzen kann normale normale kugel bekommen sehr gut du siehst aus wie rollo aus cillia 2 ja 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 Yumeji? Ich weiß nicht, dass ich mich als ein Kogl-Okami-Kurier, mit einem starken Kogl-Tänzog, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Ah, das war mir so. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich glaube, ich würde nicht mehr überlegen. Nein, ich würde mir nicht mehr verletzt. Wie ist es? Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich habe mich nicht mehr verletzt. Äh, wo ist denn? Ich habe mir jetzt nicht gerade die vor, aber sehr gut. scheiße, mir das kong, keine Grünen. Also ich glaub, dass wir das Leben für Menschen predigen. Ich werde dich selbst entscheiden. Ich habe das Gefühl, dass dir die Zunmache sein sollte. Aber dass jemand dafür geschieht. Ich habe das Gefühl, wenn man nur für Leute um sich zur Zunmache hat, das ist einfach nicht so. Das ist ein garanzukes Durst. Für Menschen ist es wichtig, dass sich die Menschen mit den Menschen beschäftigen. Sollte. Du hast auch die Menschen gelegt. Oh, das ist ein guter Kind. Das ist nicht so, was sie? Das ist ein anderes Kind. Du hast mich gelegt, aber... Ich verstehe, aber ich verstehe. Ich verstehe die Geräte. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Es ist die ganze Welt böse, ganz ehrlich. Wir sehen, wir sind ein Pantrago oder hergestellt, ausgezeichnet. Dunkelwindwächter, Dunkelwindwächter, okay. dann bin ich meine partie aber jetzt wird es wieder viel zu lang und wir sehen uns ja nichts folgt